Also, was befindet sich nun hier hinter dieser Tür bei Let's Play so Ikonen? Gehen wir mal durch. Hä? Was zum Geier soll das denn jetzt hier sein? Gehen wir mal da rein. Hm. Ui, wir drehen uns. Und jetzt? Ach du Scheiße. XP minus 10. Kann doch wohl jetzt nicht angehen. Hm. Nochmal. Oder nix. Normalerweise steht der Effekt dann immer da. So, und. Ja. Jetzt sind wir definitiv auf 10x, 10 Erfahrungspunkte verloren bekommen. Man kann dadurch auch unterleveln. Das geht auch. Beim Fragezeichen weiß ich nicht, was passiert. Das habe ich auch noch nie gehabt. Oh, Schatz! Wir haben einen Schatz bekommen. Schatz. Ja. Was bekommen wir jetzt? Medizin. Oh, schön. Juhu. Lustiges Kreisel spielen. Ich hasse diese Stelle des Spiels. Und noch eine Schatzkiste. Hey. Gleich ist unser Inventar voll. Nochmal Medizin. Wenn wir auf diese Monsterfigürchen ertroffen treffen, dann kämpfen wir auf jeden Fall gegen Robo-Soldaten. Das weiß ich wohl. Und noch eine Schatzkiste. Hey. Mein Gott, ist das lustig. Medizin bekommen. Ich will doch nur darüber. So, jetzt aber. Bleib stehen. Ah, wieder EXP-Verlust. Zum Glück haben wir genug EXP gesammelt bis jetzt, dass wir nicht ableveln. Dass wir alle noch Level 20 sind. Zum Glück. Ach, ist das eine blöde Stelle hier. So, jetzt bin ich mal gespannt. Oh, EXP plus 10. Jawohl. Lass uns doch da oben raus. Ich hasse diesen Raum. So, mal gucken, wo wir jetzt rauskommen. Und? Nein. Wieder die 10 Punkte verloren. Was ist das hier für ein scheiß Raum? Hilfe. Vor allem, was das Schlimme ist, man kann es nicht beeinträchtigen. Ich versuche es die ganze Zeit. Und? Hey, wie eine Schatzkiste. Mein Gott. Wir saßen da oben raus. Wir müssen nämlich da oben durch. Das ist wirklich eine nervige Kiste hier. Aber immerhin, so muss ich die Medizin nicht kaufen. Und jetzt? Hey. Wieder 10 EXP bekommen. Ich möchte eigentlich gerne mal wissen, was da hinter dem Fragezeichen ist. Vielleicht ein Bosskampf oder so, ein optionaler. Hab ich noch nie erreicht. So, mal gucken. Komm ich auch wieder rein, ich glaube. Ich komm auch wieder rein, ich bin in eine Schatzkiste. Mein Gott, also... Das ist doch nervig hier. So, versuchen wir es nochmal. Jetzt bleibt mal stehen. Okay, jetzt kommt ein Monster. Jetzt müssen wir kämpfen. Seht ihr? Boah, ist das lästig hier. Und wir können auch nicht weglaufen. Das sind lästig, das ist jetzt lästig die Stelle. Ich werde sie aber komplett aufnehmen, weil vielleicht dreht er wieder so an, gerade wie bei dem Shadow Arts Video früher. Könnte dann wieder lustig werden. Mann, Mann, Mann. Das ist willkommen beim Glücksrad. Ich wusste nur nicht, dass es sich mit lebenden Kandidaten geht. Mann, Mann, Mann. So kriegen wir jetzt auch ein bisschen mehr EXP. Und da wir ja so viele Medizin haben, könnte das hier der optimale Levelort sein. Diesen Ort habe ich damals mal verflucht. Damals habe ich Glück gehabt, dass ich sofort beim ersten Mal da rauskam aus dem Raum. Mann, 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 ist das lästig, dieses Örtchen. Komm schon, danke, ab geht doch. Mann. So. Oh, ja. Wir sehen, hier hat wieder alle überholt. Und da wir ja jetzt mittlerweile so viele Medizin haben. So, versuchen wir es nochmal. Gehen wir nochmal drauf. Mal gucken. Gucken, wo wir jetzt rauskommen. Wieder bei der Schatzkiste? Ja, juhu. Wieder Medizin. Yay. Und jetzt lassen wir da oben raus. Ich gehe da jetzt raus aus dem Raum. Ich kriege da jetzt zu viel. Ich kriege Mordgelüste. Nochmal. Gibt es ja gar nicht so was hier. Nochmal. Mal gucken, wo ich jetzt rauskomme. Wieder auf der Schatzkiste. Nein, wieder ein Monsterkampf. Hey, Party. Mein Gott. Aber immerhin, wir kriegen ein Level ab. Hey, Party. Mein, Mann, Mann. Ey, gibt es ja gar nicht so was. Ich hasse diesen Raum. Ha ha. Ha, hat daneben geschlagen. Christi, 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 Christi. So, only auf die Umme. Aua Jetzt aber, komm Haut den auf die Ome Haut den auf die Ome Geh doch Ausweichen, nicht treffen lassen, Tier Mann Jetzt aber Zack Jawoll Level 21 Äh, Tier ist Level 21 Taiho Level, der braucht ganz schön schnell Muss ich ja sagen, also Clio hat jetzt auch Medizin ohne Ende Kann sein, nicht jeden mit versorgen Aber es sind ja immer nur die aus der ersten Reihe, die auf die Ome bekommen Mal gucken Nichts Diesmal haben wir nichts bekommen Aber ja, auch kein Problem damit Das ist eine nervige Stelle Mann, Mann, Mann Wollen wir es nochmal versuchen Wollen wir mal gucken Ich stehe mal mit dem Mink-Analog-Sigma, gucken, was jetzt passiert Boah, wieder 10 EXP verloren Ist das lästig Endloses Karussell ist das hier Vor allem wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man mal Glück hat und da oben rauskommt Am Ende Man muss genau an dem Ende da landen Aber wie Mal gucken Mal gucken, wo wir jetzt rauskommen Oh, Fragezeichen Hey, Fragezeichen Was bringt uns das? Und? Oh, Dragon Seal Incense, sehr schön Das kann man auf jeden Fall gebrauchen Wo ist es denn? Das ist, glaube ich, eher so ein wichtiger Gegenstand Genau Äh Den zweiten Teil gibt es den, glaube ich, für immer zu benutzen Ist so ein dauerhafter Artikel Hey, wieder Medizin Hey, Party, Medizin Wir sind da irgendwann können einen Shop hier so aufmachen hier drin Eine kurze Unterbrechung Auch selten eine sehr schöne Unterbrechung eigentlich Naja, egal Ähm, weiter geht's Monster Toll, toll, toll Haha, ich freue mich Kann man mich jetzt nicht einfach mal rübergehen lassen Aber immerhin haben wir mal gesehen, was dieses Fragezeichen uns bringt Hey, Party Ja Ähm, dadadadadadada Diese Gegner sind toll Die Melodie kennen einige Vielleicht auch diese Kampfmelodie Also Normalerweise müsste man sie kennen Wenn man die Suikodenreihe kennt Die kommt nämlich noch in einem anderen Suikoden-Spiel vor In einer etwas von etwas besserer abgeahatteten Version Wie ich finde Ich finde die andere Version dieser Melodie wesentlich besser Aber das wird man dann den Die wird man dann sehen So Zack Bäm Bums Jawohl Wieder eingeblattet Oh, der macht aber gut Schaden Der mit dem Pinken Kupp Der macht gut Schaden Dann muss man ja mal sagen Kriegt aber auch ordentlich eine auf der Nase Der ist wesentlich schlecht eine Abwehr Naja Wir fahren lustiges Kreiseln Ich habe das Gefühl, dass diese Sendung sehr nervig sein wird Ah, diese Folge Für die meisten Und Die XP Yay Party Oh Mann Das ist jetzt nicht euer Ernst hier in diesem Spiel Lass mich aus Nein Mano Wann hat man denn mal Glück hier Ist blöd dieses Karussell Also das hat Jupo ganz blöd gebaut Das ist eine ganz doofe Einrichtung Vor allem wieder kämpfen Ey Das kann doch jetzt langsam nicht mehr angehen hier Hallo Da dreht man ja nicht rein zufällig am Rad danach Boah Gibt's ja gar nicht ey Bums 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 Aber alle leben noch Bissensweise alle wieder einer Was ist das lästig hier Schlimmer als alles andere Na komm Ausweichen Tier Tier Du musst da ausweichen Verdammt Axt Jetzt aber Bäm Geht doch Und jetzt Bäm Der ist kaputt Ich glaub der auch Juhu Wieder ein paar Punkte Da kann man auch Level aufsteigen Ganz ehrlich Das hätte ich jetzt Das war jetzt nämlich auch die andere Levelstelle Die ich eventuell meinte Wo ich gesagt habe Da könnte man auch zwischendurch mal leveln Jetzt will ich auch da hoch Lass mich doch bitte da oben raus Ja ixp plus 10 ist okay Aber jetzt lass mich doch da oben raus Ja das Ding ist lästig Raus da Ich will da raus Da wird auch wieder nix Aber immerhin nichts Immerhin kein Effekt Na Wie dem auch sein Wir versuchen es nochmal Düm düm Geschenk Ja immerhin Immerhin nochmal Ein bisschen Medizin abgesahnt Wir müssen hier nun mein Inventar vollkloppen Meine Güte Da fängt man schon grad an zu niesen Boah Wiederkämpfen Leute Gibt's ja gar nicht Ja der Kampf ist ja immer der gleiche hier Es ist mir aber egal Ich lass es drin Ich lass es drin So Hä Was ist da los Free will Okay So Wollen wir nochmal nachgucken Geht doch mal überhaupt nicht Weiterkämpfen oh man es ist tatsächlich weil man kann das ding nicht anders übertrumpfen wieder eine kurze unterbrechung und es geht wieder weiter nach ja ist das schön eine erfreuliche sache und dann wird dann 26 mal nachgehakt naja egal muss man einfach nur über spielen das ganze wer wollte ich so gremio endlich mal level 21 man ich hasse dieses rollding man muss tatsächlich so lange hier drauf bis man irgendwann mal auf der anderen seite raus geschmissen wird aber hey immerhin mal ein bisschen mehr exp wir können uns auch ruhig mal ein level abgeben so wie wir schon hoch und runter getrollt sind da gibt es doch gar nicht so was hier jetzt aber ist das nervig man das kann man nicht beeinflussen man muss so lange hier drauf bis man irgendwann mal auf der anderen seite rüberkommt ich würde es ja verstehen wenn man sagen würde kommen ich muss man muss so lange machen bis man ein level erreicht hat und dann kann man das ding in so überlaufen aber doch nicht so gar nicht hier ist total total nervig irgendwann ist es so dass ich diese gegner mit einem one shot kille hat hier so weitergeht man 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 ist das lustig hier haut sie weg ja wohl einer ist immerhin kaputt ja wohl konnte sehr schön einer ist davon platt das war der nämlich der viktor angegriffen hat da hat viktor man was dagegen gehabt immerhin auf die ommel zu bekommen oh man ausweichen jawohl konnte sehr schön so muss das sein tier nicht anders tier mcdol so wunderbar alles hier klappt doch alles wenn man will 1550 bits immerhin so ein paar punkte und jetzt weiter ich will endlich rüber lass uns darüber meine güte ist doch jetzt alles nicht mehr war ein kleiner check wie lange bin ich jetzt hier auf dem scheiß rad unterwegs 13 minuten bin ich auf diesem scheiß rad unterwegs ungefähr das gibt es doch gar nicht ist das lästig sagt aus einfach nur weg die gegner so schwierig ausweichen jawohl geht doch man 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 sagt haute weg weg hauen jawohl immerhin ist auf tier verlass der konnte mindestens noch fleißig ist das lästig so kontern geht doch victor so wie ein level ab auch was schön weiter geht es immer noch level 30 bevor wir runter sind ist das lästig wieder medizin party irgendwann kann ich nichts mehr schleppen gibt es doch gar nicht so was hier lasst mich doch einfach nur darüber wieder medizin party bald ist das ganze scheiß menü voll dieses scheiß schicksals rad bei taiho habe ich so viel glück gehabt mit dem scheiß minzen mit dem scheiß würfelspiel dass ich hier wieder ab danke hey dragon seal and sense wieder ein fragezeichen und fortune rune piece hier gibt man sogar andere gegenstände dafür ja wieder fragezeichen hey ist das schön krieg jetzt vielleicht auch mal den goldhammer fortune rune piece das müssen wir doch erst mal anlegen wo sind sie da glück hoch hier kommt hier noch eins vielleicht klappt es mit der kraft des glücks versuchen wir es jetzt haben unser glück zweimal erhöht natürlich glaubt es nicht stattdessen gar nichts oben lassen nach oben raus verdammt naja na komm schon sei doch mal gnädig du scheiß schicksalsrad wieder gegner da gibt es doch gar nicht kämpfen 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 ja hast du das ist das schön ist einfach so schön gegen diese gegner im mass wenig kämpfen zu müssen her what and is we good one locker ist nur ausgeglichen immerhin auch ist das schön ich bin war zwar weg eine lebt noch der haut zu der macht auch irgendwann nur noch zehn oder elf schaden wunderbar ja 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 aber geld haben wir jetzt ordentlich ist haben wir wieder 20.000 und ich will doch nur da einmal rüber wieder eine schatzkiste ist habe ich jedes jedes fläche bis auf das einmal darüber kommen ist das lästig leute wieder medizin ist das schön ist das schön wenn der schicksal nicht gut mit mir meint 10 xp plus er soll mich doch nur einmal rüber lassen was ist daran so schwierig man verdammte axt und glatz 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 natürlich nicht wieder fragezeichen fortune rune piece gibt es mir gibt es mir wie dann fortune rune piece ja komm gibt es dem tier ist das glück sich erhöht juhu ich freue mich wie ein honigkuchen fährt monster juhu ich freue mich noch mehr immer muss das spielte man leiden leid sei mich haben mich immer nur hin und her zu schicken juhu da ist eine bekloppte einrichtung zu wir gemacht das ehrlich gehe ich vor umbringen man 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 ist so lustig ist lästiger als alles andere diese kämpfe hier ausweichen wieder beigetroffen gibt es doch gar nicht so was dann dann so schön ausgewichen jetzt wenn ich ja wohl passt doch alles wenn man will so in meinen kriegen nur punkte für die gegner naja ich gehe noch mal raus ich gehe wieder rein vielleicht mag mich das spiel ja irgendwann mal wenn ich mal raus und rein geht in dieser scheiß höhle hier ja ich will wieder medizin ich freue mich jeden ast ab meine güte ist das schön so medizin aufgebraucht zeit scheiße konnte nur viel davon benutzen man ist das lästig und hey fortune rune piece ich glaube der charakter wird nach dem spiel der mann sein mit dem meisten glücks werden ist das lästig das ding hoch hoch mit dem glück der irgendwann wert von 999 beim glück meine güte wieder fragezeichen wieder in fortune rune piece meine güte ist ein scheiß hier jetzt habe ich das glück von glück erhöht das glück von glück party na ja hauptsache kein monster sowieso blöd drei monster flächen 2 xp plus 22 schatzflächen und eine fragezeichenfläche sehr gerecht verteilt das ganze und ein ausgang mann wieder ein schatz wieder wieder medizin juhu party vielleicht man im inventar voll ist das ein blödes ding unfassbar von der melodie geht immer noch und sagt ja 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 endlich ausgehangen party das scheißrad hat mich durchgelassen party party so was fehlt was erwartet mich hinter dieser tür das wenn wir beim nächsten mal sehen sprach der raven hat immer mehr